deterministische automaten nicht deterministische automaten gibt es eigentlich noch andere arten von automaten die wir uns anschauen könnten da gibt es eine ganze menge wir fangen heute mal mit einer an und zwar mit den automaten mit wortübergängen die wie wir sehen werden recht einfach zu verstehen sind mein name ist marcus krötsch herzlich willkommen zurück bei der videoreihe zum thema formale sprachen und automaten ja und beim letzten mal hatten wir ja schon eine ganze menge verschiedener darstellungen und so arbeitet die ich ihnen hier noch mal zeigen kann die reguläre grammatik natürlich ganz am anfang und die der automaten der endlichen und zwar der deterministischen der dfas und der nicht deterministischen der fahrs und auch die syntaxdiagramme hatten wir erwähnt und all diese darstellungen zeigen wie wir wissen die gleiche sprachfamilie an das heißt also sie können alle genau die gleichen arten von sprachen erkennen nämlich die regulären sprachen so und was wir jetzt diesmal machen wollen ist noch mehr automaten kennenzulernen die ebenfalls die gleiche sprachklasse erkennen werden wie wir sehen und die aber von zeit zu zeit wenn man mit automaten arbeitet dennoch ganz praktisch sind und zwar sind dass die automaten mit wortübergängen jetzt können sie sich wahrscheinlich schon vorstellen wo das hinführt wenn ich von wortübergängen spreche die idee ist tatsächlich genau so wie der name das suggeriert ein nicht deterministischer endlicher automat mit wortübergängen ist wieder ein fünftupel der verschiedene teile enthält die teile sind aber allesamt die teile die wir auch schon von normalen nicht deterministischen automaten kennen der einzige unterschied ist dass wir jetzt statt einer übergangsfunktion die uns mengen liefert eine übergangs relation verwenden die ich großdelta nenne weil das bei relationen oft übliches großbuchstaben zu nehmen und die wir als eine endliche relation und das muss ich hier betonen über dieser signatur definieren das heißt sie ist besteht aus triplen mit jeweils einem zustand einem element von sigma stern also einem wort und wieder einem zustand und die idee ist dabei natürlich dass es hier um eine verbindung geht zwischen zwei zuständen also das was wir im diagramm als pfeil darstellen würden nämlich von einem zustand q zu einem anderen zustand in q und dieser pfeil soll aber nun beschriftet sein mit einem wort und nicht nur mit einem einzigen symbol alles andere bleibt wie gesagt gleich es gibt zustände es gibt eine menge von anfangszuständen eine menge von endzuständen all das kennen sie ja bereits die idee der abarbeitung dieser automaten ist jetzt ebenfalls wie erwartet würde ich sagen man folgt den pfeilen die wir hier definiert haben nur eben dass wir jeweils gleich ganze wörter akzeptieren wenn wir einem pfeil folgen der mit einem wort beschriftet ist und dazu habe ich ein kleines beispiel auf der folie wie man sowas darstellen kann auch da können wir das im prinzip genauso tun wie bisher bei anderen bei anderen automaten nur dass wir jetzt an die pfeile die wörter direkt anschreiben ich habe also hier ein automaten mit vier verschiedenen zuständen die die übergänge wie hier dargestellt haben mit verschiedenen wörtern über einer sprache mit einem endlichen alphabet und sie sehen insbesondere gibt es ja auch einen übergang mit epsilon dem leeren wort was heißt das das ist ein sozusagen ein spontaner übergang für den automaten der kann von q0 nach q1 wechseln ohne dabei irgendein zeichen zu lesen das heißt es bedarf keines inputs um diesen übergang zu vollziehen und dass man sieht auch dass das an sich eine sehr nicht deterministische verhaltensweise ist wenn solche übergänge existieren weil man natürlich hier dann jeweils die wahl haben wird ob man ein gegebenes symbol vielleicht durch hier vorhandene übergänge liest oder ob man spontan den zustand wechselt und dann vielleicht andere übergänge für die gleichen eingaben die jetzt gerade vorliegen verwendet okay hier sehen sie noch mal die relation jeder pfeil entspricht wie gesagt einem triple in der relation und sollte relativ klar sein wie das zusammenhängt auch hier vielleicht ganz gut zu erkennen warum wir fordern dass das eine endliche relation ist man könnte natürlich mit auch mit endlich vielen terminal symbol unendlich viele wörter bilden und das heißt es gibt unendlich viele potenzielle solche triple und wir wollen aber dass unsere automaten endlich beschrieben werden können und dementsprechend machen wir diese einschränkung okay wenn sie den automaten jetzt so sehen startzustand hier so eine schlaufe und die weiteren bestimmungsstücke dann können sie sich auch überlegen welche sprache der akzeptiert wenn es ihnen zu schwierig erscheint halten sie das video ruhig kurz an denken sie drüber nach und jetzt darf ich es auch verraten es ist natürlich die sprache die sie hier abgebildet sehen wo wir beliebig oft die vorsilbe na wiederholen dürfen mit gefolgt von diesem wort gut so viel also zu wortübergängen und wir sehen schon das ist ganz praktisch um insbesondere über längere teile von wörtern die akzeptiert werden sollen zu sprechen ohne dass wir dafür jeden einzelnen buchstaben einzeln abarbeiten müssen aber gleichzeitig ist natürlich auch ersichtlich und ziemlich intuitiv dass diese längeren übergänge in den meisten fällen zumindest den automaten nicht stärker machen dass wir das auch hätten anders aufschreiben können das gibt es hier ganz hoch offiziell mit diesem satz jede von einem nfa mit wortübergängen akzeptierte sprache wird auch von einem normalen nfa akzeptiert gut wie kann man das zeigen ja wie gesagt ich hoffe sie haben schon ein bisschen eine idee wie man das vielleicht machen würde wenn man einen pfeil hat an dem ein längeres wort steht also ich sage mal ein wort das nicht die länge 0 hat wie man dann einen automaten erzeugen könnte der eben genau dieses eine wort liest an der stelle dieses pfeils ohne dabei wortübergänge zu verwenden auch da sie dürfen gern anhalten und kurz selbst darüber nachdenken bevor ich sie auflöse die idee ist natürlich dass wir für diese wörter die nicht länge 0 haben also ich schließe zunächst mal y aus einfach den einen übergang mit einer wortbeschriftung durch viele übergänge übersetzen die ersetzen die jeweils zwischen zwei zuständen nur ein einziges zeichen einlesen das heißt wir benötigen zusätzliche hilfszustände und mit hilfe dieser zusätzlichen zustände können wir das längere wort in viele ein elementige wörter zerlegen und die dürfen wir dann als übergänge in einem ganz normalen automaten benutzen hier steht das noch mal genau definiert da wenn wir einen übergang haben mit einem wort w als beschriftung wobei das wort aus zeichen a1 bis a n besteht und n größer gleich 2 ist ja also wenn n gleich 1 ist dann müssen wir nichts tun das ist ja schon ein übergang eines normalen nf a dann wird nichts ersetzt n gleich 0 haben wir ausgeschlossen also n größer gleich 2 bleibt nur als einziges übrig dann führe ich zunächst n minus 1 neue hilfszustände ein die 4 p 1 bis p n minus 1 nennen und dann ersetze ich diesen einen übergang mit dem wort als beschriftung durch viele teilübergänge die über diese kette von hilfszuständen der reihe nach a 1 bis a n einlesen und im letzten schritt zu diesem q strich kommen zu dem wir auch so gelangt wäre okay also es sollte ziemlich leicht zu sehen sein dass das funktioniert und was uns das gibt ist ein über ein automat der schon fast keine wortübergänge mehr hat aber eben noch nicht gar keine mehr denn es gibt immer noch das leere wort epsilon und das leere wort epsilon können wir mit diesem trick nicht ersetzen dann wissen wir nicht was wir da einführen sollen also das heißt wir haben jetzt eine besondere art von automat die nur zwei formen von übergängen hat nämlich die üblichen ein elementigen übergänge und die epsilon übergänge und das ist eine an sich wichtige form die es sich auch lohnt kurz zu definieren das nennt man auch einen epsilon nfa oder auch ein nfa mit epsilon übergängen und ist das vielleicht die praktischste der wort die arten von wortübergängen die man realisieren kann ja die andere form kann man relativ leicht und ohne dass es unübersichtlich wird insbesondere auch in viele zustände auflösen während bei den eschland übergängen werden wir sehen dass sie schon eine gewisse bequemlichkeit auch mitbringen man kann sie zwar eliminieren aber wenn man das tut dann sieht der automat danach etwas unübersichtlicher aus als als vorher was natürlich auch irgendwo schon bei den anderen wortübergängen der fall war aber gut okay dafür haben wir sie auch eingeführt alles klar so wir müssen also diesen fall auch noch behandeln um also zu zeigen dass wortübergänge wirklich nichts bringen müssen wir jetzt noch zeigen dass die epsilon übergänge wirklich nichts bringt also keine ausdrucksstärke bringen möchte ich damit sagen und dazu müssen wir eine idee haben wie wir epsilon übergänge eliminieren ich hatte schon gesagt dass epsilon übergänge im prinzip spontane übergänge sind also solche die ohne lesen irgendeiner eingabe einfach passieren dürfen und wenn wir diese möglichkeit also nicht vorsehen wollen im automaten wenn wir einen automaten ohne solche epsilon übergänge erreichen wollen dann müssen wir die möglichkeit der spontanen übergänge irgendwie in das sonstige verhalten in die sonstigen übergänge des automaten mit einbauen und die idee dazu wird sein dass immer wenn ein automat einen übergang wählt zu einem neuen zustand hin von dem aus man dann spontan noch weiter hätte gehen können fügen wir gleich zusätzliche übergänge hinzu die es erlauben diesen zusätzlichen epsilon schritt noch hinten ran zu hängen das heißt die den pfeil sozusagen verlängern mit dem epsilon übergang wir sehen gleich wie das funktioniert wir werden auch gleich noch ein beispiel sehen zunächst einmal möchte ich es definieren ich führe hier so eine kleine relation ein mit dem pfeil und epsilon so ähnlich wie wir die wort über die übergänge auch geschrieben hatten bei automaten und dem kleinen stern hier stern steht für den reflexiven transitiven abschluss so ähnlich wie der klinisch stern und das bedeutet diese relation ist eine binäre relation von zuständen die alle paare von zuständen q q' miteinander verbindet welche für welche es so eine kette von zuständen gibt die von p0 bis pn reicht und dabei soll p0 gleich q sein und pn gleich q' also es gibt eine kette die q mit q' verbindet und bei der ich nur epsilon übergänge verwende und hier sage ich n größer gleich 0 insbesondere kann n auch gleich 0 sein was würde das bedeuten das heißt wir haben hier p0 und wir haben hier p0 es gibt dann kein p1 und q ist gleich q' ja das ist das reflexive also der reflexive fall entsteht wenn man den gleichen anfangs und endzustand in dieser folge hier hat für n gleich 1 bekommen wir einfach einen übergang und für alle längeren fälle ist es dann die transitive der transitive abschluss dieses übergangs okay das haben wir uns jetzt definiert das ist also das wo wir sind alle die zustände wo wir spontan hingelangen können können sie sich vorstellen ja von von q kann ich spontan nach q' gelangen indem ich null oder mehr epsilon übergänge in folge so und das nutzen wir jetzt um den automaten ohne epsilon übergänge zu definieren gegeben sei also so ein epsilon nf a m der eine übergangs relation hat genau wie jeder nf a mit wort übergängen und wir definieren uns jetzt einen normalen nf a m strich der also eine übergangs funktion benutzt wie wir das eingeführt hatten indem wir das wie folgt machen für die übergänge die wir haben von einem zustand q aus mit dem zeichen a definieren wir jetzt als zielmenge die menge aller zustände q strich die ich von q aus über a erreichen kann wenn ich anschließend noch null oder mehr epsilon übergänge durchführen also wir haben hier pfade die länger als einen schritt sein können im ursprünglichen automaten ich fange von q an ich muss auch zuerst das a lesen aber ich darf anschließend noch beliebig viele epsilon übergänge durchführen und auf die art zu q strich gelangen und wenn ich irgendein q strich auf diese art erreichen kann von q dann nehme ich es gleich direkt in die menge der dinge auf die man von q aus über a erreichen darf das heißt ich verlängere die pfeile wenn man so will und führe zusätzliche pfeile ein da das der reflexive abschluss ist hier mit dem epsilon stern bedeutet das insbesondere dass auch das r selbst was hier angezeigt ist selbst mit in dieser menge vorkäme also wenn ich mit a direkt von q aus zu r gelangen kann dann wird r auch wieder in dieser menge auftauchen das heißt die dinge die ich direkt erreichen kann sind auf jeden fall dabei und ich habe zusätzlich noch einige sachen die ich über epsilon erreichen kann das sind die übergänge und die sozusagen verlängerten pfeile es gibt noch etwas zweites was wir tun müssen und das betrifft die stadt zustände bei den stadt zuständen mache ich ebenfalls eine veränderung ich sage stadt zustand ist nicht nur jeder stadt zustand des ursprünglichen automaten sondern zusätzlich auch noch all jene zustände die man mit epsilon übergängen von einem stadt zustand aus spontan erreichen kann also wenn ich ohne etwas einzulesen von einem stadt zustand aus zu einem anderen zustand gelangen kann dann ist das quasi für alle praktischen belange auch ein stadt zustand des automaten und das mache ich explizit indem ich den in die neue menge q 0 aufnehme auch hier sehen wir wieder die menge q 0 strich pardon nicht q 0 enthält die alte menge q 0 hier ist ein tippfehler in unserer folie den werde ich ihnen noch korrigieren hier sollte also q 0 stehen statt q es ist also ein stadt zustand von dem wir ausgehen und alles was von dem aus erreichbar ist wird auch mit aufgenommen q kann ein beliebiger zustand sein natürlich der muss nicht in q 0 sein aber das kleine q 0 sollte im großen q 0 liegen und nicht einfach nur im q ok gut damit habe ich also meine neuen stadt zustände und das reicht dann mit diesen beiden änderungen erhalte ich einen automaten der die gleiche sprache akzeptiert wie mein nfa mit wort übergängen ok schauen wir uns mal ein beispiel an das war mein kleines beispiel was ich ihnen gezeigt hatte ich möchte jetzt die wort übergänge eliminieren dafür brauche ich ein bisschen platz weil ich natürlich hilfszustände einführen muss für diese wörter hier und wir sehen schon ja hier gibt es diesen y übergang den werde ich später noch behandeln erstmal habe ich die zustände die ich zuvor hatte der endzustand bleibt der gleiche der wurde in diesen konstruktionen nie verändert stadt zustand ist vorerst auch nur q 0 da müssen wir drüber nach reden noch aber wir wollen zunächst mal die wort übergänge mit länge größer 1 eliminieren und dann den y übergang wie geht es also mit den wort übergängen größer 1 naja so wie geschrieben wir für jedes wort führen wir einen hilfszustand weniger ein als die länge dieses wortes beträgt und fügen dann eine kette von übergängen ein die entsprechend des dort vorhandenen wortes den übergang realisiert hier machen wir es also genauso bei b a entsteht zunächst ein b dann ein a über einen hilfszustand hier nenne ich natürlich die hilfszustände jetzt nicht immer wieder p1 so das müssen neue zustände sein ist auch klar dass es p1 als p2 und ich zähle so weiter hier oben brauche ich drei hilfszustände für das wort der länge 4 p3 p4 p5 und das reicht dann so jetzt haben wir einen automaten hier stehen der ein nicht deterministischer automaten mit einem y übergang wäre wenn man den y übergang hinzunehmen würde richtig und ansonsten keine wort übergänge mehr hat das heißt als nächstes müssen wir noch den y übergang eliminieren so wie wir es gerade besprochen hatten dazu bilden wir zunächst mal den reflexiven transitiven abschluss der in dem fall nicht besonders überraschend ist also es gibt überhaupt nur einen y übergang q 0 q 1 der kommt sicherlich auch vor dem abschluss abschlüsse werden immer größer als die menge mit der man anfängt also die epsilon übergänge die hier direkt vorkommen sind auf jeden fall dort enthalten und es ist ein reflexiver abschluss das heißt für jeden zustand q ist auch das par q, q enthalten in dieser relation und damit endet das ganze schon es gibt keine längeren kette ketten von epsilon pfeilen so dass wir hier nichts transitiv abschließen müssen weil okay was wir aber hier schon gemacht haben das können sie sehen ist der anfangszustand der zunächst nur q 0 war wird jetzt erweitert es gibt jetzt auch q 1 als startzustand als möglichen weil ich eben mit einem spontanen epsilon übergang nach q 1 gelangen kann und das heißt ich habe jetzt zwei startzustände und was ich jetzt noch tun muss ist ich muss die epsilon pfeile benutzen oder diesen transitiven abschluss wenn sie so wollen benutzen um alle pfeile zu verlängern wo nötig bei den meisten pfeilen ist gar nichts nötig denn man kann sie mit keinem epsilon pfeil verlängern das sieht man auch leicht das heißt die bleiben unverändert aber bei dem pfeil hier von p 1 nach q 0 ist es möglich anschließend mit epsilon nach q 1 zu wechseln und um diesen übergang vorweg zu nehmen und direkt möglich zu machen bügen wir jetzt diesen hilfs übergang a hier ein das ist also die kombination aus a und dem epsilon übergang der hier stand und das ist genau der der definition entsprechend und an dieser stelle sind wir fertig und können den epsilon übergang jetzt endgültig löschen die anderen zuständen übergänge bleiben wie gesagt alle erhalten wegen des dem reflexiven anteil also definieren das zwar auch in gewisser weise anders was im diagramm jetzt nicht sichtbar wird aber wir haben für nfa ist eine übergangsfunktion mit einer menge wir haben für nfa ist mit epsilon übergängen hatten wir diese übergangs relation mit delta also das heißt auf dem papier unterscheiden sich diese beiden formen aber wenn sie sich illustrieren dann ist es natürlich dasselbe was hier dargestellt wird okay das ist also jetzt unser klassischer nfa und sie sehen er ist tatsächlich sehr nicht deterministisch weil ich hier mehrere pfeile aus dem a heraus aus dem p1 heraus habe mit a und mehrere startzustände interessant auch zu beobachten vielleicht dass das diese arten dieser nicht determinismus hier ganz besonders dadurch entstanden ist dass ich epsilon eliminiert habe also das eliminieren von epsilon führt zu zusätzlichen nicht deterministischen entscheidungen an dieser stelle wie auch zu erwarten wenn man einen spontanen übergang hat dann wohnt dem ja irgendwie ein gewisser nicht determinismus immer inne und der wird dann hier explizit gemacht okay gut so ich möchte noch zeigen dass das ganze korrekt ist der erste teil mit den langen wörtern war offensichtlich da machen wir nichts dazu aber hier bei dem epsilon nfa kann man sich schon noch mal anschauen wieso das eigentlich gilt was ich also behauptet habe ist dass diese beiden sprachen gleich sind die sprache des automaten vorher die sprache des umgewandelten automaten und diese gleichheit von zwei mengen von wörtern möchte ich jetzt zeigen indem ich beide richtungen einzeln betrachte so macht man das ja häufig weil oft die argumentationen schon andere sind wenn man einmal zeigen muss dass etwas hier dieser sprache enthalten ist die irgendwie definiert wurde und einmal wenn man die umkehrung macht das andere zeigen muss was vielleicht eine ganz andere argumentation erfordert okay gut also fangen wir mal mit dieser richtung hier an ich möchte also zeigen dass jedes wort welches durch diesen umgewandelten epsilon freien nfa erkannt werden kann auch mit dem original hätte erkannt werden können wie macht man sowas diese art von argumentation haben sie schon relativ häufig jetzt in den videos gesehen wenn ich zwei mengen habe und besonders wenn ich mengen von wörtern habe dann kann ich die oft am besten dadurch vergleichen dass ich mir ein einzelnes beliebiges wort herausnehmen und argumentiere dass das auch in der anderen menge enthalten ist und wenn ich das für ein beliebiges wort getan habe dann funktioniert es für alle wörter und dann habe ich gezeigt dass alle wörter die hier vorkommen auch dort vorkommen also ich nehme mir mal ein solches beliebiges wort w das jetzt mal die allgemeine form a1 bis a n haben soll wobei ich auch das leere wort nicht ausschließe das dann wäre n gleich 0 ja aber ich ansonsten nehme ich mir diese diese hilfszeichen als meta symbole sozusagen und wenn dieses wort also in der sprache von l m strich ist dann muss es irgendwie akzeptiert werden das heißt es gibt einen akzeptierenden lauf und der akzeptierende lauf muss immer die ganze länge des wortes umfassen das heißt er hat die gleiche länge wie die länge des wortes plus 1 weil wir für jeden für jedes terminal symbol einen übergang brauchen das heißt wir haben so viele zustände p0 bis pn die in dem akzeptierenden lauf vorkommen so jetzt können wir daraus schlussfolgern wenn es so einen lauf gibt dann muss der automat auch entsprechend die übergänge haben p0 p1 und so weiter bis pn und jetzt kann man sich überlegen ja wie kamen diese übergänge dorthin also wir haben ja die übergänge für den automaten definiert haben gesagt also gut ja am anfang muss p0 muss ein startzustand sein des neuen automaten und dann muss es jeweils diese einzelnen übergänge geben und sowohl für die definition der startzustände als auch für diese übergänge haben wir ja die epsilon übergänge des anderen automaten zu hilfe genommen und diesen transitiv reflexiven abschluss das heißt also wir können uns jetzt überlegen wie könnte allgemein so ein lauf ausgesehen haben entsprechend in dem anderen automaten beziehungsweise welche übergänge müsste es in dem anderen automaten geben wenn wir das hier in m strich beobachten und ganz allgemein kann man das so aufschreiben es muss irgendwie ein startzustand gegeben haben in m von dem aus man mit epsilon übergängen zu p0 gekommen ist das ist der grund warum p0 als startzustand markiert wurde und hier steht jeweils ein stern das heißt es könnte auch sein dass hier gar kein übergang existiert das q0 gleich p0 ist das erlaube ich aber im allgemeinen gibt es hier irgendwie eine kette von länge 0 oder mehr dann muss es tatsächlich irgendwie ein a1 übergang gegeben haben aber der könnte nicht direkt zu p1 geführt haben sondern es könnte sein wir haben den verlängert mit irgendwelchen epsilen pfeilen und hatten also hier nochmal ein q1 als zwischenzustand und in dem sternchen verstecken sich natürlich potenziell auch noch viel mehr zwischenzustände wenn man hier eine lange kette von epsilen übergängen hat dann würde es hier noch mehr zustände geben okay also so ein übergang und so ist es mit jedem weiteren übergang auch bis zum letzten der uns dann mit dem a n epsilon nach pn führt und pn ist tatsächlich pn und ist auch ein n zustand die n zustände haben wir nicht geändert in der definition das heißt das ist das der abschluss dieses dieser übergänge okay und jetzt wenn wir das einmal so erkannt haben dass es solche übergänge in m gibt kann man können wir uns also überlegen dass man daraus relativ leicht einen akzeptierenden lauf konstruieren kann wie gesagt der akzeptierende lauf muss hier noch ein paar pünktchen enthalten weil es sein kann dass hier noch viele zustände sich drin verstecken also es ist nicht es wäre ein bisschen zu einfach wenn wir schreiben würden q0 p0 q1 p1 so ist der lauf nicht also es ist denkbar dass er länger ist es ist auch denkbar dass manche von denen zusammenfallen aber das kann man sich alles ganz gut vorstellen denke ich und in jedem fall bekommen wir also ein lauf und das wort wird akzeptiert gut und da wie gesagt das wort jetzt beliebig war wissen wir alle wörter die m strich akzeptiert werden auch in m akzeptiert sie können das auch noch mal prüfen ob es wirklich für alle randfälle funktioniert also überlegen was würde hier stehen wenn jetzt das wort gleich epsilon wäre zum beispiel würde dann wirklich jeder schritt sinn ergeben könnte man dann so argumentieren und ich hoffe die antwort ist ja okay gut das ist also die eine richtung jetzt fehlt noch die andere richtung wir wollen zeigen dass jedes wort in m auch in m strich akzeptiert werden kann und dafür können wir wieder genauso wort für wort vorgehen das heißt wir nehmen uns irgendein beliebiges wort hervor und wir überlegen uns wie ein akzeptierender lauf aussehen müsste es ist also ein lauf der aus epsilon übergängen aber auch aus normalen terminal symbol übergängen besteht und wir wissen nicht wie viele epsilon übergänge hier zwischendurch kommen aber wir wissen dass die terminal symbol übergänge in der reihenfolge auftauchen müssen wie im wort und dass am ende irgendwie ein endzustand stehen muss okay und wenn ich also diese struktur hier habe epsilon a1 epsilon a2 und so weiter bis wieder zum schluss epsilon kommt dann weiß ich daraus erhalte ich nicht dem gleichen argument wie gerade eben die übergänge in m strich und sehe dass es dann dort solche gibt und dass das eben auch ein akzeptierender lauf von m strich ist das genügt und damit wissen wir wie wird akzeptiert in m strich und diese inklusion gilt auch aus also gleichheit gut okay und das zeigt schon die korrektheit jetzt haben sie vielleicht bei der argumentation schon ein bisschen sich gefragt ja warum machen wir das gerade so und nicht anders ist könnte man das nicht noch anders angehen sieht ja was wir machen sieht ja relativ einseitig aus während der lauf ich kann nochmal zeigen den sie hier konstruieren immer sehr symmetrisch ist ja sie fangen mit epsilon an zwischendurch kommen über epsilon übergänge vor und man endet auch in epsilon heißt hier kann man nicht erkennen dass man die nur die startzustände ändern müsste und nicht die endzustände zum beispiel und dass man nur die nur in eine richtung der die pfeile verlängern müsste und nicht von vorne her epsilon betrachten und in der tat könnte man das auch anders machen und wenn sie jetzt in der literatur nachschauen irgendein lehrbuch aufmachen könnte es sein sie sehen eine andere konstruktion die sich ein bisschen unterscheidet und das möchte ich ihnen kurz erklären ich denke das hilft auch dem besseren verständnis was wir im prinzip gemacht haben kann man so versinnbildlichen darstellen wenn ich könnte wir haben neue stattzustände eingeführt wir haben neue übergänge eingeführt die jeweils so funktioniert haben dass sie das epsilon nach rechts verlängert haben ja also sie haben wir haben hier einen stattzustand der uns hierher hinbringt q0 und es gibt aber diese epsilon verlängerung also machen wir q1 auch zum stattzustand wir haben hier einen übergang der uns von q1 nach q2 bringt aber es gibt diese epsilon verlängerung also führen wir auch einen direkten übergang von q1 nach q3 und das funktioniert wie ich gerade gezeigt aber man hätte auch anders vorgehen können und es wäre ebenso gut gewesen in gewisser weise eine andere möglichkeit wäre zum beispiel die verlängerung nach links gewesen also ich hätte sagen können ich sage wenn ein solcher übergang a übergang von q1 nach q2 existiert dann und es gibt einen epsilon pfeil der dahin führt dann hätte ich auch sagen können dann möchte ich dass ich schon von der vom start des epsilon pfeils direkt nach q2 gelangen kann also diesen übergang einführen und ich hätte genauso gut sagen können dann entsprechend wenn das wenn q3 ein endzustand ist aber ich mit epsilon dahin gelangen kann dann muss ich die endzustandseigenschaft auch nach links verlängern und das heißt q2 wird dann auch zum endzustand also hier haben wir die startzustände gleich gelassen aber die endzustände mit epsilons entlang der epsilon pfeile zurückgeschoben ebenso wie die übergänge hier und ja die dritte möglichkeit ist dass wir die pfeile in beide richtungen verlängern dass wir also sowohl epsilon übergänge vor einem a als auch dahinter als auch davor und dahinter allesamt in betracht ziehen das führt zu sehr vielen pfeilen aber es bedeutet dass wir die start und endzustände so belassen können wie sie sind wir müssen dann an denen nichts ändern da die pfeile uns schon überall direkt hinbringen können das ist also auch eine möglichkeit das zu machen ich denke zum zeichnen ist das tendenziell das schwierigste von den dreien dafür hat das diese nette symmetrie dass man in beide richtungen verlängert und nichts über die start und endzustände wissen muss ok also sie können sich diese verschiedenen methoden miteinander vergleichen wir haben hauptsächlich diese methode eingeführt und benutzen die aber im prinzip sind die alle gleichwertig gut damit endet dieses video zum thema wortübergänge sie haben gesehen die schwierigsten oder schwierig war es vielleicht nicht aber die interessantesten fälle sind die epsilon übergänge weil die uns vielleicht eine nicht ganz so offensichtliche art der abkürzung liefern und wir werden noch sehen an verschiedenen stellen dass die sehr praktisch sind wenn man bestimmte dinge ausdrücken möchte und zu wissen dass man die im zweifelsfall immer weg transformieren kann ist sicherlich ein vorteil damit habe ich erst mal genügend verschiedene varianten und versionen von endlichen automaten ihnen gezeigt als nächstes werden wir uns beschäftigen mit der frage der abschlusseigenschaften abschlusseigenschaften haben etwas damit zu tun dass man sprachen miteinander schneiden vereinigen konkatenieren und so weiter kann sie erinnern sich und wir wollen fragen ob es für diese operationen auch eine entsprechung gibt auf der ebene der automaten also können wir auch automaten schneiden paketten mit dem stern behandeln vielleicht das werden wir als nächstes sehen bis dahin schön dass sie wieder dabei waren sie können wachs melden allerdings nicht den den ich selbst schon gefunden habe den dinko gehe ich jetzt gleich selbst als nächstes vielen dank und bis zum nächsten mal kreise wir können wir können wir können wir können wir können